Und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir machen auch direkt da weiter, wo wir am letzten Mal aufgehört haben. Hier ist schon mal nichts. Bam bam, bam bam, so. Was wird uns wohl erwarten? Ach, fuck. Ach, das ist die Eklipse. Irgendwie hängt dieses Spiel ein ganz klein wenig. Was aber nicht schlecht ist, denn ich bin ja da, um euch zu unterhalten und die Brücke zu überbrücken. Ah. Okay, Eklipse ist scheiße. Oh, scheiße, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. So. Aber ich war nicht schnell genug. Ach, komm schon. Es wird schwieriger. Ich merke schon. Okay, da müssen wir hoch. Und es hängt schon wieder. Was ziemlich ärgerlich ist. Ich hoffe, das kommt dir jetzt nicht so häufig vor. Spiel. Weiter. Uhu. Okay. Gut, das ist Nummer 1. Ah. Ja, jetzt kommt schon wieder. Dunkleheit. Und wupp. Da kommt man nicht runter. Okay. Savepoint. So. Ha. Ich werde immer besser. Oder auch nicht. Das war zum Beispiel schlecht. So. Ich möchte nach hinten. Danke. Also, wir probieren es erstmal hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Ah. Leben und ein guter Freund von uns. Sehr gut. Dann können wir jetzt wieder... Ja. Genau. Spiel weiß genau, was ich will. Ha, 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 ha. Ah. Gerade rechtzeitig. Nein. Ah. Verdammt. Schlecht. Sehr schlecht. Ja. Okay. Game. I'll beat you. Alter. Ah, nein. Doof. Okay. Jetzt müssen wir quasi warten, bis es wieder dunkel wird. Weil wir müssen ja darüber. Zumindest möchte ich gerne darüber. Denn da ist scheinbar irgendwas. Geht weg von mir. Äh. Achso, ja. Da ist ein guter Freund von uns. Wupp. Und schneide ich in den Tunnel rein. Ach. Sehr gut. Einmal aufwärts. Danke. Gut. Da scheint wieder nichts zu sein. Da. Geh mal rein. Und wir haben fünf Leben. Wieder aber bloß ein Herz. Was ziemlich scheiße ist. Oh, scheiße. Na, das war so klar. Ich laufe genau in die Lücke rein. Ist aber nicht schlimm. Weil wir haben ja hier gesaved. Das ist dated. Alter. Du dämlicher Kleiner. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Perfekt. Einmal hier runter. Und dann... Gucken, dass wir da... Unbeschadet rüberkommen. Und natürlich kommen wir da unbeschadet rüber. Gegner. Ach, verdammt. Was willst du denn da hinten? Komm schon. Danke. Fehlen noch zwei. Achso, halt. Ich brauche erst... Ha. Diesen Vogel. Ah, nein. Denn... Ah, ja. Wir können eigentlich schon mal werfen. So. Fange ich mit dem aber noch nichts an. So. Mega viele... Diamonds. Diamonds are Timos best friend. Äh. Na, komm. Oh, Mann, ey. Das ist scheiße. Ich diese Springteile hasse. Oh, ja, komm. Danke. Mein Gott. Das ist die Frage. Da geht's weiter. Da geht's rein. Ah. Sehr schön. Sieben Leben. Juhu. Und jetzt ist meine Frage... Ach, ich bin schon wieder hier. Da will ich doch gar nicht hin. Oder doch? Hä? Doch, ich muss da sogar hin. Moment. Ich war ja noch gar nicht fertig. Da geht's ja noch in die andere Richtung. So. Genau, da oben hat's nämlich noch ganz ne Menge mehr. Nein, das war schlecht. Ah, jawoll. Ah. Komm her. Dich nehm ich mal mit. Und... Ha. Als ob ich's gewusst hätte. Und das Ganze nochmal. Jawohl. Perfekt. Und jetzt können wir... Gemütlich darüber. Dich nehm ich mal vorsichtshalber mit. Man weiß ja nie, was kommt. Achso. Das Ende kommt. Weil wir haben alle Charaktere-Viecher-Dinger gesammelt. Das nehm mal mit. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ah, Mist. Okay, Moment. Wir müssten eh erst mal das hier abschießen. So. Dann kommen wir jetzt darüber. Können hier durch. Und da hoch. Wo ich dann wieder ein Viech bräuchte. Gut, ich bin nicht vorbereitet. Ähm. Verdammt nochmal. Ach. Das war so klar. So, jetzt schnell, Vogel. Komm. Vogel. Danke. Schnell, 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 schnell. Wow. Gerade noch so. Okay. Haha. Perfekt. So. Einmal. Ja. Und auffärbt's bitte. Hopp, hopp, hopp. Geht's da lang? Ja, da geht's lang. Safepoint. Und wenn ich jetzt einen Gegner hätte, könnten wir da hoch. Ich weiß nicht, was das bringt, wo wir lang müssen. Okay. Achso, ich muss da sogar lang. Und alle blauen Kristalle umdrehen. Ja, das ist klar, dass das nicht geht. So. Wow. Das war knapp. Aber. Wir können jetzt unseren Freund mitnehmen. Da wieder durch. Und. Jo. Voll aufgeladen. Mit Checkpoint. Und der Lava unter uns. Und ich sehe da. Sehe ich da? Oh. Gott. Das war klar. Macht aber nix. Wir haben noch sieben Leben. Das ist für mich schon ziemlich gut. Leider. Ha. Oh. Oh Gott. Wow. Schnell weg hier. Da rein. Wie weit geht's denn da noch hoch? Ich hab doch schon alle Männchen. Ich will das Ende jetzt. Oh. Ah, okay. Das sieht mir doch sehr nach Ende aus. Where are we? What? Yes, what do you want? What? Hahaha, this is just simple revenge. Revenge? Yes, fools with foolish dreams like you imprisoned me in darkness. Well, I plung all of you and your world into a sea of nightmares. We have the Diva Letters in our hands. The Moon Kingdom will bear the egg of destruction and soon appear unto these lands. The time has come. Cadius! We have to follow him! Let's not be too hasty. Huh? You can still see? If we can't settle him once and for all year, I can't live with myself. Okay, the bucket will see you witness my power of darkness! That doesn't really like me. Hello, Joker! Wow! Okay, ich kann ihn doch so treffen. Ach Gott, das ist ja süß. Wenn das alles ist... Ah, das war klar. Alter! Nein! Verdammt nochmal! Alter! Hallo? Oh! Au! Oh! 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 Oh machen ich bin sofort wieder da so weiter geht es immer diese unterbrechungen ist ganz furchtbar so wir gucken mal wie immer jetzt müssen wir wahrscheinlich groß spielen ach so ja der florian ist dabei nein also bestimmt ja aber mir reicht es gott ja er wandelt sich jetzt zurück jetzt kann man wieder treffen nämlich wenn die dinge sich mal hier nach verdammt ich treffe den aber auch nie mann scheiß dinge hier erwischt erwischt kommen einmal noch bevor es sich wieder verwandelt nein nein schlecht aua na gott ich bin nach verdammt okay Gut, jetzt müssen wir die Dinger wieder umändern, wenn es sie gehen. Äh. Au. Scheiße. Och, Timo. Ich bin so schlecht. Wieder komplett von vorne. Gott sei Dank habe ich sieben Leben. Sechs Leben, Entschuldigung. Ich erinnere mich an was, dass du irgendjemand davon noch anfängst. Ja, ich spiele gerade Dark Souls. Und ich bin so schlecht. Eigentlich bin ich nicht schlecht, sondern das Spiel ist einfach nur unfair. Aber es ist lustig, also kann ich empfehlen. Kannst du mir einfach nur tun. Wenn du den Stein da oben runterkommst. Nee. Hä? Wenn du da oben laufen wolltest, wo du endlich da irgendwie was durchgeschafft hast. Ach ja. Und dann der Stein da runterkommt. Ja, das war aber auch unfair. Aua. Das müssen die gelb werden, oder? Ja. Ja. Wow. Ach. Fuck you, man. Oh ja. Alter. Weißt du, wenn es dunkel ist, dann kann ich die scheiß Gegner nicht packen. Was habe ich denn vergessen? Was habe ich vergessen? Nichts. Gut, der verwandelt sich zurück. Sehr gut. Bist du jetzt schon? Ja, ja. Ich weiß. Es wird wieder nix. Ach. Komm, ey. Ach. Alter. Das ist ein Witz. Weil er seine scheiß zwei Schutzschilder hat. Alter. Mal nimm mich verarschen. Danke. So, komm schon. Oh ja. Voll. Komm wieder. Oh. Und ich bin einfach noch. Ja, okay. Boah. Scheint relativ einfach zu sein. Ja, ja, nee. Ist klar. Hallo. Okay, wir gehen gleich mal in die andere Richtung. Ja, das ist wohl wahr. Wow. Von hoch rüber, man Okay, ein Versuch noch Einmal Zweimal Es läuft Dreimal, es läuft Okay, Verwandlung Ja, das spiel wirklich ich Ach Gott, okay Komm schon Und in die andere Richtung Ah ja Was soll ich denn da ausweichen Schnell So ein halbes Herz von oben Ja Da vorne ist ein Herz Ich lasse das mal da Ich hoffe, das verschwindet Wenn's weg ist, lach ich ja auch Ja, wenn's weg ist, dann lach ich mich selber Okay Scheiße, lass mir ne 10 Meilen Zeitlupe rein, wie das Herz da runter auf mich liegt Dein Satz Oh ja, die verpuffen ja Einmal Treffer läuft Treffer läuft Einmal noch, komm Treffer läuft Aber ich bin gut Ich lerne Meine Lernkurve Das hat keiner gesehen Kann ich ja mal erklären, was er gemacht hat Ungefähr so Ja, ungefähr so Bäh 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 Nein Oh nee Du kannst ihn doch jetzt mal dreimal treffen Wenn ich dreimal treffe, ja 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 Das ist doch nichts. Du musst noch längst ran. Ja, ich weiß. Oh, einmal. Da hüpft der auch, Mann. Ach, komm schon. Da reicht 100 pro auch noch einmal. Nein. Oh, Rage-Modus. Oh, jetzt Konzentration. Das geht so in die Hose, ey. Okay, dass ich jetzt schon... Ich schrei, hüpft, wenn das ein Drehbuch ist. Ich weiß nicht, wie man das macht. Schlimmste ist... Hüpft! Pfeife! Am schlimmsten ist dieses. Okay, ich mache kurz Pause. Wir sehen uns gleich wieder und dann machen wir einen Platt. Ciao, ciao! Äh, da. So, da bin ich auch schon wieder ohne Florian diesmal. Wir werden gleich mal probieren. Äh, wieder probieren. Ob wir den Gegner denn... Ach, Mann. Jetzt schlagen können. Muss doch machbar sein. Einmal. Läuft. Oh, was? Wo läufst denn du hin, Mann? Zweimal. Läuft. Dreimal. Geht doch. Oh, jetzt geht bloß weg von mir, mein Freund. Geht doch. Rage-Modos! Nnnn! Na? So. Wah, wah. So. Weg da. Okay, das war die erste Runde. Oh, Gott. Ja, jetzt kommt Energie, jetzt wo ich es nicht brauche, Mann. Ah. Okay. Erster Durchlauf war doch schon ziemlich gut. Meine Lernkurve steigt, habe ich das Gefühl. Was mich sehr freuen würde. Na? Gib's wieder frei, komm. Gib's dir frei, gib's dir frei. Gib's dir frei. Gib's dir frei. Bäm. Einmal. Bäm. Einmal. Zweimal. Nein. Dreimal. Rage-Modus. Alles machbar und immer noch alle Herzen voll. Das ist super. Das ist gut. Langkurve plus fünf. Gleich loslaufen. Nein. 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 Jetzt brauche ich keine Energie. Gib mir die nachher, falls ich es verkacke. Nein. Jetzt zum Beispiel. Ah. Ah. Oh ja. Alter. Komm schon. Komm schon. So. Ha. 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 Läuft. Alter. Läuft. Ich glaube, jetzt könnten wir ihn dann kriegen. Wird aber auch dann endlich mal Zeit, ey. Komm. Gib frei. 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 Danke. Einmal. Nein. Nein. Ah. Ja. Oh Gott sei Dank. Danke. Vision Film 2. Clear. Oh. Ah. Ah. My time seems to be up here. Shamed. Defeated. Dishonored. But. The time has come. Listen well. The sound of the moon kingdoms return. You'll end up in darkness. In a nightmare. In a world of nothingness. Ah. My Gadeus. Er ist explodiert. Oh. Video. Okay. Krass. Ich bin gespannt. Oh. 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 Let's. Oh. Oh. What did? What did he do? Hä? Äh Ah Das ist the Moon Kingdom Nehme ich mal an Aber es sieht schon geil aus Muss man zugeben Kann man nix gegen sagen Nehmen wir Achso Energy is being Ja Also halt Ah Fischi wieder Schön Voll niedlich ey Alter Ja und auch hier haben wir Alle Gegner Befreit Alle Typen befreit So Now saving Finished saving Und Vision 6 1 Stop Pamela We'll take it from here By ourself Thanks Pamela My pleasure My pleasure I'm glad to be Be of help Clone Noir Do be careful Okay I know Okay let's go Hyupu What's the matter Hyupu Um It's nothing Clone Noir Okay Here's his plans We've got to put an end to it Right So Hier machen wir Pause Und ja Sehen uns dann in der nächsten Folge Ciao Ciao Ciao